Jedem von euch, dem das schon mal passiert ist, mir zum Beispiel, hast einen Hund irgendwie mit der nicht ganz verschlossenen Futtertonne alleingelassen. Die hat einfach nicht aufgehört. Leia war das damals noch. Die hat die Futtertonne so viel gefressen, wie es geht, hat es dann wieder gekotzt und hat es dann wieder gefressen. Hallo zusammen, servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Ja, wie oft soll ich meinen Hund füttern am Tag? Einmal, zweimal, dreimal? Das ist eine Frage, die wir ganz häufig von euch gestellt bekommen. Ja, warum fragt eigentlich niemand, wie oft er seine Katze füttern soll? Jeder von euch, der eine Katze hat oder Hund und Katze, so wie ich, der kennt die Antwort, versuch mal deiner Katze nur ab und zu was zu fressen zu geben. Das wird nicht funktionieren, weil sie dann bettelt und maunst und sehr, sehr deutlich sagt, dass sie jetzt was zu fressen haben will. Warum ist das so? Warum zeigt eine Katze das so deutlich? In meinem Hund gibt es da so viel Unsicherheit. Möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu der Frage. Und zwar, gibt es irgendetwas, was man sich anschauen kann an Fakten, was uns näher bringt zu der Beantwortung dieser Frage, wie oft soll ich den Hund füttern? Oder warum muss ich eine Katze eigentlich den ganzen Tag über füttern, also dass sie immer Futter dastehen hat? Ja, und da gibt es Fakten, und zwar, wenn man sich den Magen anschaut, der Magen ist ja vor allen Dingen ein großer Futtersack, ein Futterreservoir, also eine Vorratskammer sozusagen. Im Magen wird im Grunde nicht verdaut, da finden ein paar Vorbereitungen statt, aber verdaut wird eigentlich erst im Dünndarm. Der Magen ist also dafür da, Futter aufzubewahren, was gefressen wurde. Und der Hund hat einen sehr großen Magen im Verhältnis zum Darm, die Katze dagegen einen ganz kleinen. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass eine Katze sehr schnell satt ist. Die frisst was und ist dann schnell satt und geht dann auch wieder weg. Und das kennt jeder. Hast du irgendwie Katzenfutter dastehen? Und jeder, der eine Katze beobachtet, weiß das. Die Katze geht hin, nimmt ein paar Maul voll und geht dann wieder weg. Weil sie satt ist, ganz schnell satt. Der Magen ist eben klein. Das Futterreservoir im Körper ist klein, schnell satt. Und warum ist das klein? Weil eine Katze, das hat was mit der Lebensweise zu tun oder auch mit dem Jagderfolg. Eine Katze hat in der Regel ständig Zugang, auch eine Wildkatze, zu Nahrung. Warum? Entweder ist sie, wie die domestizierten Katzen, eben Kulturfolger, also wohnt bei uns, beim Menschen und hat dort ständig Mäuse zur Verfügung, die sie vielleicht frisst. Das ist so die eine Sache. Wenn eine Wildkatze aber jagen geht, auch dann fängt sie ziemlich sicher ein Beutetier. Also der Jagderfolg einer Katze ist sehr hoch. Das führt dazu, dass Katzen eigentlich immer Nahrung zur Verfügung haben. Und deswegen brauchen sie nicht so eine große Vorratsspeicherung für Nahrung, sondern können sich immer im Bedarfsfall wieder was holen. Und so macht eine Katze das auch. Und wenn man eine Katze füttern will, stellt man einfach einen Napf hin und bietet der Katze ständig Nahrung an. Weil das ihrem Organismus auch entspricht, ja ihrer Lebensart sozusagen. Ein kleiner Magen, wenig Vorratsspeicherung möglich und wird schnell satt, muss dann aber auch häufiger wieder nachfressen. Kleiner Magen, häufiger nachfressen, schnell satt. Ad Libitum-Fütterung würde man das nennen. Also das ist einfach ständig was dasteht. Der Hund hat jetzt einen großen Magen. Was sagt uns das? Oder was könnte das für ein Hinweis sein? Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Hund eher große Mengen auf einmal frisst. Und warum muss er das tun? Weil er nicht so häufig Zugang zur Nahrung hat. Eigentlich ganz logisch, oder? Wenn es so wäre wie bei der Katze, dass er einen sehr hohen Jagderfolg hat oder ständig was zu fressen, dann wäre das anders. Hätte er auch einen kleinen Magen, würde sich der Körper nicht so einen großen Magen leisten. Warum? Braucht er nicht. Braucht er aber schon, weil eben Hunde oder Wölfe auch nicht ständig ein Tier erlegen. Der Jagderfolg bei Wölfen, da gibt es verschiedene Studien zu oder verschiedene Zahlen auch, dann liegt ungefähr bei, also wenn ein Wolfsrudel loszieht und will was jagen, dann ist nur jede dritte bis vierte Jagd erfolgreich. Jede dritte bis vierte Jagd. Meistens gehen die Wölfe also leer aus, also zumindest wenn man so das Fleisch anschaut. Hunde und Wölfe fressen ja auch noch andere Sachen, sind ja alles Fresser, wisst ihr ja aus den anderen Videos. Aber ein großer Teil der Nahrung ist eben Fleisch und das steht nicht ständig zur Verfügung, weil der Jagderfolg nicht so hoch ist. Und es sind auch viele Tiere, die da an der Jagd beteiligt sind und alle wollen was haben. Das heißt, das einzelne Tier muss dann fressen, wenn es jetzt was zur Verfügung hat, weil es vielleicht einfach wieder ein paar Tage auch nichts bekommt. Das sind Hinweise, die man ableiten kann aus einem großen Magen. Und so ist es auch. Der Hund kann theoretisch große Mengen auf einmal fressen. Und jedem von euch, dem das schon mal passiert ist, mir zum Beispiel, hast ein Hund irgendwie mit der nicht ganz verschlossenen Futtertonne alleingelassen. Die hat einfach nicht aufgehört. Leia war das damals noch. Die hat die Futtertonne, hat so viel gefressen, wie es geht, hat es dann wieder gekotzt und hat es dann wieder gefressen. Also völlig wahllos sich das Zeug reingewirkt. Und dann lag es da und hat irgendwie eine Riesenbampe gehabt. Und dann habe ich ihr auch drei Tage nichts mehr zu fressen gegeben. Und das war nicht so schön, aber so würde ein Hund das machen. Gierig das Reinschlingen, also die meisten. Ja, ich weiß, es gibt auch näglige Fresser, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ein Hund kann also theoretisch sehr viel Futtermenge auf einmal fressen und macht da auch, wenn er dran kommt. Die Frage ist jetzt, ob das optimal ist. Er kann es, aber kann man sich ja vorstellen, wenn ich sehr viel, wenn der Körper sehr viel auf einmal zu verdauen hat, eine große Menge auf einmal, dann ist es natürlich eine größere Beanspruchung für den Organismus. Muss er viel mehr leisten, müssen er viel mehr, muss viel mehr Flüssigkeit und Verdauungssäfte und was weiß ich gemacht werden und der Darm muss arbeiten und so weiter. Das ist eine größere Leistung, die da vollbracht werden muss, als wenn ich diese große Menge auf zweimal aufteile. Oder vielleicht sogar auf dreimal. Und genau das wäre auch die Empfehlung, die ich euch geben würde. Ja, ein Hund kann mit einmal Fressen auskommen und es ist auch das, was er machen musste früher, als es noch nicht so einfach war, an Futter zu kommen, so wie heute bei uns, wenn er bei uns lebt. Aber optimal ist das nicht. Weil eben die Belastung für den Organismus größer ist. Stichwort Magendrehung. Ja, da wird ja immer mal wieder so ein Einfluss der Fütterung vermutet. Oder zumindest wird gesagt, hey, da soll es der Einfluss geben, auch wenn es noch nicht alles so bewiesen ist. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Mache ich auch mal ein Video dazu. Also nur, weil der Hund das natürlicherweise so getan hat, würde ich das trotzdem nicht empfehlen. Weil eben die Belastung, stellt euch das bei euch selber vor, wenn ihr irgendwie den ganzen Tagesbedarf auf einmal essen solltet, das hättet ihr ganz schön, dann werdet ihr stundenlang damit beschäftigt, nur zu verdauen. Und es ist auch so, wenn man irgendwie, Weihnachtszeit steht ja vor der Tür, wenn man da an Weihnachten irgendwie richtig viel reinhaut, dann hast du da ein paar Stunden dran zu knabbern. Und das ist auch nicht das, was so ins moderne Leben passt. Weil vielleicht willst du mit deinem Hund ja auch irgendwie mal wieder spazieren gehen, zwischendrin oder irgendwas machen oder müssen wir wohin. Hier geht es ja nicht nur ums Fressen, sondern der Hund muss ja auch irgendwie fit bleiben und leistungsfähig den ganzen Tag über, wenn er dich in deinem Leben begleiten soll. Und deswegen würde ich sagen, zweimal, also so mache ich es bei meiner eigenen Hündin auch, die kriege ich zweimal am Tag, morgens und abends eben, also aufgeteilt diese Tagesration, auch wenn sie die ganze Tagesration morgens oder abends fressen könnte. Bei Welpen zum Beispiel würde ich sogar noch mal auseinanderziehen und dann dreimal am Tag geben. Weil eben Welpen sehr aktiv sind, die wollen machen, sehen, erleben und sollen nicht so sehr belastet sein mit der Verdauung. Und Verdauung ist einfach eine Riesenarbeit für den Körper. Und wenn du mehr verdauen musst, dann ist es halt einfach mehr Belastung, als wenn du weniger verdauen musst. Also zum Beispiel eine Tagesration auf drei aufteilst. Und beim Welpen ist das auf jeden Fall sinnvoll. Das ist es, was ich euch raten würde. Und jetzt wisst ihr auch, warum das bei der Katze so unterschiedlich ist. Eine Katze braucht eine fortwährende Fütterung, kontinuierlich den Tag über. Und das hat nichts mit... Also wenn ein Hund so fressen würde, würde man sagen, das ist irgendwie ein auffälliges Fressverhalten. Da will man das nicht so haben. Bei der Katze ist es ein Muss. Und beim Hund, ja, der kann viel auf einmal fressen, aber besser ist, beim erwachsenen Hund auf zweimal aufzuteilen und bei einem Welpen sogar auf dreimal. Wenn ihr einen Hund habt, der Verdauungsprobleme jetzt gerade hat, also irgendwie eine akute Sache, irgendwas mit der Leber, irgendwas mit der Bauchspeicheldrüse, dann kann man das sogar auf viermal oder sogar fünfmal auseinanderziehen. Weil es hier jedes Mal darum geht, möglichst wenig den Organismus zu belasten, ihn zu schonen. Deswegen nennt man das Ganze auch manchmal Schonkost. Ihn zu schonen. Und das geht eben besser, wenn man es auf mehrere Mahlzeiten verteilt. Alles Gute für euch. Bis nächste Woche. Euer Tierarzt, Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Servus, ciao.